Objekt SCP-100-000-J Klasse Keter Keterer Am Ketersten Spezielle Eindämmungsprozedur Eine einzelne Kultur von SCP-100-000-J muss in einer Petrischale gelagert werden, welche sich in einem hermetisch versiegelten, mit Blei ausgekleideten Titanium-Sarkophag befindet, welche mit Säure gefüllt ist. Da pures Titanium sich langsam unzureichend zur Eindämmung von SCP-100-000-J zeigt, ist der Bau einer Prototyp-Eindämmungszelle aus Carbon-Nano-Röhrengewebe verstärkt mit variierenden Diamanten-, Adamantium- und Neutronium-Schichten im Gange. Der Sarkophag muss wiederum in einem hermetisch versiegelten Sarkophag platziert werden, der mit nicht mehr und nicht weniger als 50 Kopien jeder der folgenden religiösen Schriften gefüllt ist. Die Bibel, der Koran, die Tora, die Tao Te Ching, das Buch Mormon, die Bhagavad Gita, die satanische Bibel von Anton Lavey, das Necronomicon, der Gotteswahn von Richard Dawkins. Der äußere Sarkophag muss zu jeder Zeit über vier Lautsprecher eine Übertragung von wenigstens zwei Mitgliedern des O5-Raters abspielen, die live Monologe darüber geben, wie schlimm SCP-100-000-J ist und warum es niemals entkommen, die Menschheit zerstören oder wahre Liebe finden wird. Dieser Bereich muss in einem hermetisch versiegelten, äußeren äußeren Sarkophag versiegelt werden, welcher dann fünf Kilometer unter der Erdoberfläche platziert wird, von der Oberfläche getrennt durch fünf Kilometer an massivem Beton, welcher mit den gemahlenen Knochen von Heiligen vermengt wurde. Areal-100-000-J wurde in einem 100-Kilometer-Radius auf der Oberfläche über SCP-100-000-J eingerichtet. Der Zaun um die Grenzen von Areal-100-000-J muss elektrisiert, verstrahlt und mit selbststeuernden Geschütztürmen mit .900-Kaliber-Railguns ausgestattet sein. Das Tor zu Areal-100-000-J muss von einem 500 Kilogramm schweren, drei Meter großen Ogre beschützt werden, welcher mit einer 300 Kilogramm schweren, fünf Meter langen Streitachst ausgerüstet ist. Der Ogre muss komplett taub sein, wenn nötig durch operative Maßnahmen. Jegliches Personal, das anfordert, Areal-100-000-J zu betreten, muss alle drei unmöglichen Rätsel des Ogres korrekt beantworten. Jedes davon stellt eine tödliche, auditive Wahrnehmungsstörung dar. Jegliche Zivilisten, Nicht-O5-Foundation-Mitarbeiter, Tiere, Pflanzen oder Mikroben, die Areal-100-000-J betreten haben, müssen Terminierungsprotokoll 30 Overkill ausgesetzt werden. TP-30 Overkill muss folgendermaßen ausgeführt werden. Subjekt wird eingeäschert. Die Asche des Subjekts wird doppelt eingeäschert. Die Verbrennungsanlage, die zur Einäscherung des Subjekts benutzt wurde, wird eingeäschert. Die Asche des Subjekts wird für fünf Stunden in Bleichmittel getränkt. Die Bleichmittel-Asche-Lösung wird 50 Grad Gammastrahlung ausgesetzt. Die bestrahlte Bleichmittel-Asche-Lösung wird in einer hermetisch verschlossenen Kapsel gelagert. Die hermetisch verschlossene Kapsel wird von einem Block soliden Zements ummantelt. Der Zementblock wird mit Lammblut mit der lateinischen Version des Vaterunsers beschriftet und gelagert. Gelagerte Zementblöcke werden zweimal monatlich in einem Raumschiff der Foundation platziert und in das Zentrum der Sonne geschossen. Der Sonne wird viermal monatlich von allen Mitgliedern des O5-Rates wütend der Stinkefinger gezeigt. Jeglichem Eindämmungsbruch von SCP-100-000J kann nur durch die Aktivierung aller sieben Generatoren supermassiver schwarzer Löcher des O5-Rates entgegengewirkt werden. Dies wird zu einem XK-Klasse-Ende-der-Welt-Szenario führen. Doch Versagen, dies zu tun, wird SCP-100-000J erlauben, ein K-Klasse-Tanz-von-1000-Szenario auszulösen. Jegliche Information über SCP-100-000J ist Mitarbeitern der Sicherheitsstufe 5 oder höher vorbehalten. Daraus resultierend muss der Autor dieser Seite Termin... Moment! Was zur Hölle, Leute? Ich dachte... Hey! Jesus! Haut ab! Was?! Beschreibung SCP-100-000J ist ein unzerstörbares, empfindsames, intelligentes, feindseliges Bakterium. Früher in der wissenschaftlichen Gemeinschaft bekannt als Streptococcus ectovorens, umgangssprachlich als seelenfressene Bakterie bezeichnet. Seine Ernährung besteht aus Seelen, Träumen, Emotionen außer Trauer und Furcht und imaginären Freunden kleiner Kinder. Kultivierung von SCP-100-000J durch Substrate aus fein gemahlenen, zertrümmerten Hoffnung und zerbrochenen Träumen war außergewöhnlich erfolgreich. Es pflanzt sich asexuell fort und ist in der Lage, ein bewohntes Gebiet von 50 Quadratkilometern pro Nanosekunde zu infizieren. Infizierte Organismen werden sterben, sich regenerieren, erneut sterben und dann explodieren. SCP-100-000J ist in der Lage zu sprechen, doch besteht seine Sprache nur aus tödlichen Wahrnehmungsstörungen, ohne äquivalente Ausdrücke für Bitte, Danke oder es tut mir leid. Es hat außerdem spöttische Bemerkungen über die Mutter des Direktors von Arial-100-000J gemacht, was dazu führte, dass die Mutter des Direktors starb, sich regenerierte, erneut starb und dann explodierte. Nachtrag 1 2. Oktober 2014 Es wurde zu leichtfertig und kostspielig erachtet, 4000 nukleare Sprengköpfe für den Notfall in Arial-100-000J zu installieren und der Antrag wurde von O5-11 abgelehnt. Allerdings gewinnt die Installation von 3900 nuklearen Sprengköpfen für den Notfall immer mehr Anzugkraft als grundlegende Notwendigkeit und steht unter reiflicher Überlegung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017